Ja, ich war heute mal auf einem Bogenparcours und habe ein bisschen trainiert und manche sagen oder glauben ja immer, dass man mit einem Bogen nicht weit schießen kann und nicht treffsicher genug schießen kann. Ja, das wollte ich euch heute auch einmal zeigen, dass ich auf ein Ziel geschossen habe, was so groß ist wie ein 8-9 Kilo Frischling. Problem an dem Ziel ist, schießt du daneben, ist dein Pfeil kaputt, weil es halt aus Stahl besteht, nur das tödliche Zentrum hat einen Schaumstoffkern, sodass der Pfeil heile bleibt. Ja, ob mir das gelungen ist, auf 50 Meter dieses Stück zu treffen, werdet ihr gleich sehen. Ja, wie ihr gesehen habt, habt alles gut gesehen. geklappt, der Schuss saß gut, wäre also absolut tödlich gewesen. Wie gesagt, wir Bogenjäger beschränken uns auf 25 Meter, aber wie ihr seht, wir könnten, wenn wir wollten. Wir wollen aber weitgerecht jagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, bis zum nächsten Mal.